Was geht ab, meine Freunde? Wedi wieder am Start und wir sind heute mal bei Minecraft unterwegs. Ähm, Minecraft, warum? Ich hab seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt und hab mir gedacht, ey, wäre das nicht cool, wenn wir irgendwie was spielen, was mal kreativ ist, was ich schon ewig nicht mehr gespielt hab, wo ich richtig Bock drauf habe. Und da hab ich gedacht, komm, wir spielen einfach mal Minecraft. Ich habe absolut keine Ahnung von Minecraft. Das letzte Mal hab ich Minecraft gespielt, da gab's den Enderman gerade erst. Und ich hab dann immer zwischendurch mal ein paar Patchnotes gelesen und hab mir dann gedacht, wow, ist ganz geil, müsstest du eigentlich mal wieder reinschauen. Ich hatte absolut keine Zeit und keine Lust. Und jetzt hab ich irgendwann einfach mal gedacht, jetzt kam ja dieser 1.19er Patch raus. Dann hab ich mir gedacht, come on, gönnen wir uns das mal. Gucken wir uns das mal an, gucken wir mal auf YouTube mal ein paar Sachen. Und dann hab ich auch gedacht, ey, das könnte ja auch richtig cool auf meine Community und eben halt auch meinen Kanal passen. Dann gönn dir doch mal. Guck doch einfach mal, ob das nicht wirklich passen könnte. Und jetzt bin ich hier. Guck dir mal das da hinten an. Und jetzt bin ich hier und spiele Minecraft. Aber das ist so eine Art Oldschool-Let's-Play, weil ich absolut und null Komma überhaupt gar keine Ahnung habe, was und wie und wo Minecraft überhaupt abgeht. Und dementsprechend brauche ich vielleicht auch eure Hilfe. Und aus dem Grund habe ich tatsächlich auch in dem Video, was ich als erstes gesehen habe zum 1.19er Patch, ein Seed rausgesucht. Ich werde euch diesen Seed unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch einfach auch diese Map hier runterladen, beziehungsweise als Seed starten. Und könnt einfach mal euch umschauen, könnt mir vielleicht ein paar Tipps geben, wo ich hingehen könnte oder sonstiges. Ich werde aber alles immer ohne die Koordinaten machen. Also ich werde hier nicht in dieses Menü gucken, sondern ich werde immer alles ohne Koordinaten machen. Das heißt, wenn ihr mir irgendwas erklären wollt, dann müsst ihr das mir wirklich erklären. Und ihr müsst mir dann versuchen, verbal zu beschreiben, wo ich hin muss. Weil ich werde nicht auf die verschiedenen Koordinaten gucken. Ich werde das versuchen, so hinzukriegen, weil ich das irgendwie cooler finde. Einfach so survivalmäßig so das zu machen. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Schafe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum Schlafen ein Bett brauche, damit ich eben halt auch meinen Spawnpunkt irgendwo hinsetzen kann. Ich habe jetzt mal nicht auf Hardcore gestellt, direkt als erstes, weil ich mich nicht komplett überfordern wollte. Und weil ich natürlich auch überhaupt nicht weiß, ob ihr richtig Bock habt auf das ganze System hier. Und da müsst ihr mir dann einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es aussieht. Ob ihr Bock habt, ob ihr keinen Bock habt. Wie wir das alles machen wollen. Da hinten war doch dieses Tor. Eigentlich würde ich da gerne hin. Eigentlich würde ich da ganz gerne hin. Aber wir müssen auch irgendwie erstmal die Nacht überleben. Das heißt, erste Priorität definitiv Schafe. Wir brauchen Schafe. Wir brauchen nichts zu essen. Zu essen haben wir hier das Brot. Und die haben wir ja so oder so schon gekriegt gehabt. So, dann können wir uns das zusammen. Das könnten wir zur Not essen. Ansonsten Holz ist natürlich auch nicht schlecht. Dann hatten wir schon mal eine Werkbank. Ah, eine Biene! Geil! Es gibt Bienen? Finde ich richtig nice. Gibt es dann auch irgendwo so Honigwaben oder sowas? Das wäre richtig geil! Wenn es Honigwaben gäbe. Also ich weiß, dass es Panda-Bären gibt. Das ist eigentlich so das erste Ziel oder das langfristige Ziel, dass ich Panda-Bären sehe. Das ist das langfristige Ziel. How to get a Panda-Bär. Ansonsten müssen wir halt schauen. Mal gucken. Also ich habe mir jetzt erstmal nicht das Ziel gesetzt, hier den Enderdrachen zu besiegen. Ich weiß, dass es den Enderdrachen gibt. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber erstmal ist das jetzt nicht das priorisierte Ziel. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich das mache, dann mache ich das. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar mehr Schafe. Was ist das denn? What the fuck? Okay. Äh, das sieht nach einem riesigen Haus aus. Ich weiß, dass es Dörfer gibt, aber was zum Teufel ist das? What the fuck? Okay. Äh, Wolle. Wolle. Haus. Was ist die Kuh? Holy, habe ich Schiss gehabt. Oh Junge. Alter Schwede. Wenn man das Spiel hier ewig nicht mehr gespielt hat, dann kriegt man richtig Panik. Vor allem und jedem. Hier haben wir Schafe. Verkügelen wir mal die Schafe nochmal. Damit wir nochmal Wolle kriegen. Und dann nehme ich mir einfach ein Bett mit. Brauche ich mir das gleich einfach direkt zusammen. Sobald ich die Möglichkeit habe. Und dann habe ich erstmal die Möglichkeit zumindest gezielt irgendwo wieder zu spawnen. So. Brauchen wir das hier hin. Dann war das so. Und dann waren da dreimal Wolle. Und dann haben wir ein Bett. Nice. Nice. Bup. Und dann geht es weiter. Ich meine, im Dorf sind ja immer Typen, die auf jeden Fall nett zu einem sind. Das ist natürlich die Frage. Wenn du da so eine riesige Villa hast, dann willst du ja eigentlich allein leben. Ob das jetzt so geil ist, wenn du da einfach auftauchst. Wir gucken einfach mal. Wir nähern uns erstmal ganz langsam. Und gucken dann, ob wir da irgendwie was machen können. Ich würde das gerne auch so ein bisschen Roleplay mäßig aufbauen. Das heißt, ich werde versuchen immer zwischenzeitlich mal ein paar Quests noch mit reinzubringen. Vielleicht könnt ihr mir die Quests auch geben. Das wäre natürlich am geilsten. Wenn ihr mir immer eine Quest gebt hier in der nächsten Folge. Das und das wäre das Ziel. Damit ich weiß, was ich als nächstes auf jeden Fall machen sollte. Alter, das ist halt einfach ein fucking riesiges Haus. Okay. Hier ist eine riesige Schlucht auch. Gott sei Dank sind hier noch keine Zombies oder so. Weil hier ist es ja eigentlich dunkel. Hier könnten ja auch Zombies spawnen, oder? Würde ich zumindest behaupten. Ich renne übrigens extra nicht. Ich weiß, dass das die meisten von euch triggert. Aber ich würde jetzt nicht direkt schon wieder Hunger kriegen. Ich muss mir ja meine vier Brote ein bisschen aufsparren. Damit ich nicht direkt sterbe. Wir wollen ja zumindest irgendwie in die Nähe von diesem Haus jetzt erstmal kommen. Das wäre jetzt mein erstes Ziel. Nachdem ich jetzt das Bett erstmal geschafft habe. Dass wir jetzt zu dem Haus gehen und herausfinden, ob da jemand wohnt, der böse ist. Vielleicht kann ich mir ja da einen Raum mieten. Das wäre ja richtig geil. Da sind ja einige. Zumindest sieht es von außen so aus. Dann könnten wir vielleicht das ein oder andere... von denen abgrabschen. Vielleicht haben die ja irgendwas, was ich gebrauchen kann. Wenn sie böse sind, was machen wir dann? Naja, wenn die mich angreifen, dann greife ich natürlich zurück an. Das geht ja dann nicht anders, ne? Aber ich will es jetzt erstmal nicht hoffen, weil ich bin unbewaffnend. Ich habe eine Axt, glaube ich, ne? Ja, ich habe eine Axt und eine Spitzhacke. So, die nehmen wir auch noch mit. Jetzt wird nämlich langsam dunkel. Gucke ich gleich, dass ich mich da irgendwo einruddel. Hier ist auf jeden Fall eine riesige Schlucht. Das heißt, die kann ich ja zumindest auch nehmen. Um dann dementsprechend natürlich dafür zu sorgen, um da richtig ordentlich was zu farmen. Ich brauche auf jeden Fall Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mhm. Kohle, Kohle. Kann ich da hochklettern? Das war komisch. Bin jetzt gerade nicht gesprungen und kam dann da hoch. Okay, es wird wirklich dunkel. Pütteln wir uns hier vielleicht jetzt gleich ein Loch. Und dann gucken wir mal. Geil, Lamas. Alter, spuckt nicht rum. Da hat doch einer gerade schon hochgezogen. Junge. Ich will hier keinen Giddy jetzt haben. Ich will keinen Damage kriegen. Hier runter. Das wird schon echt dunkel. Ich will nicht, dass die gleich die Zombies spawnen. Autsch. Sagte er, er will keinen Damage kriegen und kriegt Damage. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden. Geil. Wenn wir schlafen, wird es ja auch wieder hell, ne? Ist ja auch gut. Das heißt, wenn ich jetzt gleich schlafe. Gucken wir mal, dass wir so nah wie möglich hier erstmal an das Haus rankommen. Vielleicht können wir uns dann einfach mal da reingraben. Hier ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich. Pütteln wir uns hier jetzt rein. Okay, da sind Zombies drin, so wie es aussieht. Pütteln wir jetzt erstmal hier. Junge. Prinzipiell, wer mit Zombies arbeitet, ist nicht unbedingt mein Freund. Dann bauen wir das erstmal zu. So, und dann buddeln wir schön mit dem Brot hier uns ein Loch rein. Ich könnte hier gar nicht schlafen, wenn ich hier die ganze Zeit das Zombie-Gestöne hätte. Okay, Steinzeit haben wir schon mal geschafft. Da ist noch ein bisschen Kohle. Die können wir auf jeden Fall trotzdem mit der Holzhacke auch abbauen, ne? Das stimmt. So, jetzt bringen wir uns hier einfach ein kleines Löchlein, wo wir schon mal unseren Wohnplatz hinsetzen. Zumindest erstmal. Ne, damit würde ich nicht bedenken. Und dann würde ich sagen... Wir gucken, dass wir hier die Kohle erstmal abfahren. Dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, Fackeln zu bauen. Weil wenn da drin ja Zombies spawnen, dann heißt das ja auch, dass es da wahrscheinlich sehr dunkel ist. Dann gehen wir auf jeden Fall hin. Außer, die haben natürlich Zombies. Und halten die Zombies oder so. Das wäre auch krass. Ich hätte euch das mal vor. Also ihr merkt, ich habe absolut keine Ahnung, was abgeht. Deswegen... Oh, 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 oh. Ne, hier haben wir Licht. Das machen wir mal ab. So. Bauen wir hier das noch ab. War es das dann an Kohle? Ja. Das sieht so aus. Dann bauen wir uns den Boden hier noch wieder zu. Damit wir eine gerade Fläche haben. Machen wir die Fackel hier hin. So. Den bauen wir noch weg. Den bauen wir noch weg. Den bauen wir noch weg. Jetzt setzen wir uns das hier erstmal dahin. Und schlafen wir eine Runde. Dann gucken wir mal, was wir gleich alles noch so anstellen können. So. Hier könnte die Tür hin. Ich mache das jetzt alles erstmal sporadisch. Weil ich ja nicht weiß, ob wir da vielleicht rein dürfen oder nicht. So. Dann haben wir drei Türen. Ja, so viele brauchen wir eigentlich nicht. Aber lassen wir es mal so. Und bauen die Tür hier mal hin. Ich esse jetzt noch nichts. Ich denke mal, das Brot wird hier wahrscheinlich mehr bringen als nur einen einzigen Balken. Hier Kohle. Aber wir haben ja noch die Truhe. Die können wir auch noch hin setzen. Dann können wir da erstmal... Ja, das ist dann nochmal ja. Zack, 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 zack. Da tun wir da noch rein. Die holen wir raus. Die... Nein, die wollte ich nicht. Die holen wir raus. Die holen wir raus. Die holen wir raus. Und das holen wir raus. Damit können wir schon mal einen Backofen noch machen. Außer das reicht noch nicht. Das reicht. Dann haben wir den Ofen und dann stellen wir den hier oben drüber. Dann tun wir so die Hälfte von der Kohl rein. Und... Das Fleisch. Dann haben wir gleich nochmal was anderes zu essen. Außer nur... Das und dann brauchen wir noch die Sticks. Können wir auch hier reintun. Und dann brauchen wir daraus noch ein paar Fackeln. So. 19 Fackeln reichen erstmal. Oh, hallo Schwein. Lebst du jetzt hier? Bist du jetzt mein Freund? Okay, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir könnten natürlich gucken. Was machen wir das jetzt noch so? Wir haben ja noch ein paar Steine. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal ein Schwert. Um ganz auf sicher zu gehen. Und gucken mal, was wir damit dann jetzt anrichten können. Ist jetzt trotzdem das Stück Brot. Komm Schweine, du kannst auch hier reinkommen. Rein da. Schwein, geh rein. Geh rein ins Haus. Guckt mich nicht so blöd an. Du bist jetzt mein Hausschwein. Rein da. Hausschwein. Rüdiger, das Hausschwein. Okay. Okay, 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 okay. Bauen wir das hier ab. Gucken wir mal, was hier geht. Oh, oh, au. Gucken wir mal, ob wir rein können. Bibliothek. Bibliothek, okay. Ich bin bewaffnet, aber ich bin nett. Alter, das ist doch... Nee, Junge. Lass mal. Alter. Das ist creepy. Oh Gott, er greift mich an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Junge. Holy. Fuck. Wie viel Damage der mir gemacht hat. Was geht denn ab? Okay. Wir lassen es hier gut sein für die Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes auf jeden Fall machen soll. Und ob Rüdiger das Hausschwein weiterhin hier leben soll. Oder ob ich den schlachten soll. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ja. Ciao.